Hallo und Servus auf meinem Kanal. Unser heutiger Weg führt uns über die Edelneinsk, die Knappenberger Landestraße nach Knappenberg. Und zwar Knappenberg liegt ungefähr 300 Meter über Hüttenberg und ist eine kleine Schmollstraße mit oben einer wunderschönen Aussicht. Wenn dir das interessiert, dann bleib dran und schau dir das an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Knappenberg, die Ära zur Faktoren Runde sind Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018